Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Wir spielen hier Unturned, mit mir dabei ist der Killer Cakes. Guten Tag meine Freunde. Okay, die Bistur ist so geschissen. Ja, ich glaube, seine Mandeln sind kaputt und so ein bisschen, deswegen spricht er so komisch. Die wurden eben rausgenommen, die Mandeln. Ja, ich hatte letztens so, also ich war letztens zum Krankenhaus, ne? Und die haben halt so gesagt, dass ich halt, ja, irgendeine Krankheit hatte. Und ja. Ja, und deine Stimmbänder haben sie doch auch noch getroffen, oder? Ja, leider. Altersvoll mies, ey. Und war es jetzt irgendwie Schadensgeld oder so, keine Ahnung? Also, um es genau zu sagen, Mia wurde halt in der Schule vor ein paar Wochen, nein, das ist, glaube ich, schon ein Monat her, in meinen Hals reingekickt, irgendwie so. Und daher kommt es halt, da muss ich halt ins Krankenhaus, bla bla bla. Und ja, so kam es halt. Boah, das ist voll krass, Alter. Oh, sorry. Wenn man sich mal so vorstellt, wie du vorher gesprochen hast, ist das schon ein echt krasser Unterschied. Okay, okay, ich mach das mal wieder auch was. Okay, jetzt falls ich auch Interesse an dem Geilenprogramm hab, das nennt sich Clownfisch. Na? Ja, da könnt ihr euch eurer Wandel mit rausnehmen. Sehr praktisch. So, jetzt hat man sich mir schon wieder besser anhört, ne? Nein, du hörst es immer noch blöd an. Ja, ich weiß, ich mag dich auch. So, unsere Mission für diese, äh, nein. Unsere Mission für diesen Tag ist, ich finde, ein Auto. Oh ja, ein Auto wäre ja ganz praktisch. Also, wir spielen hier grad Unturned, das ist eine Mischung aus, ähm... Minecraft und Daisy. Genau, Minecraft halt, die Grafik und Daisy, das Gameplay. Und wir müssen hier auch ums Überlebens kämpfen. Und ich hab hier schon Pfeile gefunden, die nehm ich mal so kurz vor. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ja, ich weiß, die brauchst du. Du bist unser Heckenschütze. Schon wieder. Spaß. Ja, immer noch. So, und das ist ein Spiel, das gibt's auf Steam kostenlos sogar. Also, wenn ihr einfach mal Lust und Laune bekommen und so nix zu tun habt, könnt ihr das Spiel ganz einfach runterladen. Ich hab mal so eben so ein Ding geschlachtet. Dings, der Boomstar, ja. Wir haben ja auch schon ein bisschen gefunden. Deswegen läuft er auch schon mit dem Rucksack rum. Ja, mit dem besten Rucksack im Game. Den du natürlich einfach mal so gefunden hast. Das ist ein Traum. Ja. Ich hab auch schon mit dem kleinen Rucksack, glaub ich, auf. Oder so. Und ich hab hier noch was ganz Tolles. Das sag nicht. Ich hab'n Hammer. Ich hab'n Hammer. Und ich hab'n Katana. Ich hab'n... Du bist einfach so... Hammer... Oh, warte mal. Hehehehe. Hehehe. Witzig. Warte mal. Nicht... Nicht zu hektisch bewegen, weil sonst rennt's weg. Bleib mal stehen. Am besten. Upsa. Ach. Ach, da hast'n Rea lügt. Oh, das ist ja toll. So. Oh, wir sollten uns auch schon mal ein bisschen um Trinken kümmern. Trinken hab' ich dabei. Ja. Ich hab'n schön Kantinen. Das... Geilste. Achtung. Achtung, von hinten, Zombie. Alter, der war ja einen Kilometer weit weg, ey. Ich glaube, in dieser Stadt gibt's nur ein Auto oder zwei. Weiß ich gerade nicht. Aber immerhin... Sag mal, machen die zwei Zombies da hinten grad Liebe? Oder sie ist grad falsch? Ist falsch. Die machen tatsächlich Liebe. Die Flieger aus meinem Vlog ist ja immer noch hier. Boah. Alter. Und ich hab' zwei fleischfressende Pflanzen! Und die kümmern sich voll gut da drum. Also, keine Ahnung, ey. Die Fliegen fliegen da einfach drüber. Und da passiert gar nichts. Aber... Aber die Pflanzen sehen halt schön aus, ja. Alter, wir haben hier... Wir sehen ganz viele Gaskanten. Ja, dann nimm mal ganz viel... Achtung. Oh, die Junge. Und das war kein... Na, und hier haben wir einen Crowbun. Ist nicht so praktisch. Na, 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 na. Und ich hab' dieses Spiel extra für euch angespielt. Deswegen hab' ich auch schon so 100 Stunden drauf, ne. Das ist halt meiner Welt halt angespielt, ne. Genau, angespielt. Du hattest bloß nix zu tun, ey. Gib's doch zu. Und ich glaub, ich hab' die ganze Zeit grad das Mikro gelegt. Äh, du, hier liegt Feuerwehranzug. Oh, ja, dabei halt. Hab' ich schon... Nein. Scheiß, Tommy. Man darf hier nicht mal so'n Leuchtstick aufnehmen, ne. Un... Unmöglich die Menschen zu Tage. Geil. Ey, guck mal. Äh, ich bin grad etwas beschäftigt. Äh, da. Äh. Da. So. Da ist... Da ist... Kann ich das auch? Ja, ne. Guck hier. Juhu. Ich bin der Nigger mit der Kochmütze. Ich bin der Nigger mit der Kochmütze. Aber du hast wenigstens ne Kochmütze. Da war noch ne Kochmütze. Oh, ja. Ich hab hier ein bisschen zum Essen, zum was zu trinken. Ich... Ich legte mal die Kochmütze hier aus, ne. Da. Äh, Mütze. Da. Kochmütze. Du. Oh, wir beide sehen viel stylisch aus, ne. Eins nennt sich sehr stylisch. Oh mein Gott, hab ich viel Essen. Achtung. Achtung von hinten. Von hinten. Ich geb dir mal etwas. Da. Da. Ich sag dir, du hast Hunger. Dann hast du auch Hunger. Ich will das aber nicht mehr. Okay, dann. Ja, dann versuch's mal zu braten. Ist Lack? Hm. Hast du ein Schrot? Ne, ne. Wir hatten vorne eine. Hm. Ja. Ja. Ich bin auch hier schon wieder halb tot. Du bist da. Du bist da. Sag. Oh, hier liegt ein Koyoto-Pack. Ja, behalte. Ich bring mir da. Ich bring mir mal das Koyoto-Pack mit. Was ist das denn? Woppa. Das ist ein besseres Ding als ein Travel-Pack. Also die Fortentwicklung von meinem Pack. Vitamine essen. Ich hatte ein Koyoto-Pack. Da hab ich immer noch. Bleib doch mal stehen, Junge. Bleib doch stehen. Ich renn doch gar nicht. Du rennst so schnell. Ich steh hier blöd rum. Und jetzt hab ich die ganze Zeit geblüht. So, da. Ich hab doch einen auf. Ist das nicht aufgefallen? Nein. Ey. So, Energy Drink. Energy Drink. Kannst du auch sicher gut gebrauchen. Ich muss... Ich muss das mal ausprobieren. Echt? Könntest du es mir geben? Nein. Bixer. Spaß. Ja, komm her. Komm her. Kann das passt. Was liegt da für ein pinker Packstreifen? Ah, ein Purple-Glock-Stick. ACHTUNG! Was war das? ACHTUNG! Njuuu. Glou-Stick im Anmarsch. Und ich glaub, wir hätten die nicht einfach wegwerfen sollen. Oh, da hinten leuchtet es ja nicht. Hast du noch Vitamine? Nee, ich hab keine... Ich hatte überhaupt keine... weil ich will... un... Also ich will ungern meine Painkillers verwenden. Weil die machen alle Radioaktivität weg. Ja, ist doch gut. Ja. Was? Ja. Oh, Potato Chips lagen in den Zombies. Ja, dann gib mir die Potato Chips. Ich bin der Babo. Ich bin der Babo. Okay, Spaß. Aber ich muss auch was essen. Musst du das? Okay, Spaß. Ja, sag dich doch selber an. Wenn denn? Oh, ich hab ne... Ich hab... Kannst du dir den Gaskant voll machen? Hier ist eine Leiter für euch. Hier ist eine Leiter für euch. Also ich hab... Welche Leiter? Leiter dabei. Leiter. Ich brauch ein Auto. Gibt ja voll viele Gaskants. Auch alle voll. Das ist natürlich sehr praktisch. Aber ohne Auto bringt uns das nicht. Deswegen sind wir grad ein bisschen... Ey, die wollte ich grad nehmen. Ich hab das ja auch dafür gebraucht. Oh, ein Planet Beans. Und ein Planet Tuner. Hm, schöne Sache. Gebt mir die Potato Chips. Ja, nimm mit. Yay. Jetzt habt ihr gleich zwei hingelegt. Bin nicht auf die Nerven. Derzeit hab ich drei. Okay. Okay, ich glaub wir gehen jetzt mal hier lang. Ein Knapsack. Ja, ist so ganz knapp, ey. Äh, Wortspiel. Nee, Baseballschläger haben wir ja auch noch. Aber nicht besser als den Hammerhauen. Hattest du mir nicht irgendwo Pfeile hingelegt? Ey, ja, eben schon. Hm, die... Die hast du doch schon aufgehoben, oder nicht? Nein. Ich erstmal... Erstmal was. Guck mal dich mal da. No, erstmal verboten. 37 Immunität. Soviel. Aber vergesst ja nicht zu skillen, mein Freund. Genau, man kann in diesem Spiel auch skillen. Ich hab hier schon ein bisschen. Wir haben ja auch das Spiel schon ein bisschen gespielt. Und ich hab mich schon sehr oft umgebracht. Ja, gar nicht. Links oder rechts? Da noch müssen wir. Was egal. Ich sag die links oder rechts. Rechts oder links? Vote big three. Ey, du musst big three voteen. Äh, wählen. Okay. Albedinglisch, Alter. Weee. Okay, Spaß. Okay, Spaß. Komm, wir mal schieren, halt da. Ey, kannst du Big G? Nein. Ey, das ist voll da kudelt Babo, ey. Ey, ich hab das hier und das hier. Und ich kann das hier, was du hier nicht kannst. Oh yeah. Das sieht voll stylisch aus, mal. Ähm, da passt sich gar nichts an. Echt? Du machst mir Angst. Wieso hast du mich in... Wieso hast du mich in deinen letzten Let's Play da nicht ernannt, äh, in den Dingser-Boomster, wo du Minecraft da gespielt hast, in deinem letzten Minecraft-Ding? In V-Log? In V-Log, ja. Äh, 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 äh. Du hast los den lieben Kobold genannt. Und was ist mit mir? Oh, Schwein. Ja, du wirst ja nicht lieb. So. Und ich will ja eh keiner sehen. Schwein. Schwein, 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 Schwein. Ausnimmt. Schwein, Schwein, Schwein. Alter, wie das da liegt. Das muss ich dir mal reinziehen. Hier. Ich würde gerne rennen, aber ich hab grad keinen V-Hand. Oh, Bären. Bären hört sich gut an, ich kann grad eh was zu essen vertragen. Rote Bären. Lecker. Ja. Hm? Bin kurz weg. Ey, wo heißt mein Schwein? Ne, ne? Haha, geil. Wie der Schwein da liegt, ey, das ist ja ein Traum. Oh, cool. Und Killerkicks ist ja grad kurz weg, ihr habt ja grad gehört. Ich bin heimig, ja. Der baut hier grad einen Hau. So. Er baut einen Bunker. War keine Ahnung. Echt? Alter. Deine Quietschentür ist einfach krass. Alter, die ist kult. Ganz ehrlich. Ey, das ist so, als würdest du in deinen Bunker reinkommen. Du hast da so eine fette Stahltür. So ungefähr 10 cm dick mindestens. Und dann gehst du da in dein Zimmer. Das hört sich wie so ein Geisterhaus an, ne? Und dann steht da in der Mitte so ein alter PC, wo du nur noch mit DOS draufspielen kannst. Links und rechts liegen Gewehre. Und irgendwo flimmern so ein Radar. Genau so sieht das in deinem Zimmer aus. Ansonsten alles über Beton. Was denn? Geh ihm aus, das ist die Visio. Alter. Mit deinem Schluss? Du musst ihm ein Headshot machen. Alter, die sehen aber voll cool aus, wenn die da liegen. Das ist zwar nicht witzig, aber irgendwie sieht es doch cool aus. Du hättest vorhin mal Schwein sehen sollen. Ja, habe ich auch gerade noch angeguckt. Wir müssen die Aufnahme so in 10 Minuten beenden. Achso, ja, wie lange geht das denn schon wieder? Ich sage, in 10 Minuten und nicht gleich. Ja, ich weiß. Aber ich habe mich gerade gefragt, wie lange die schon wieder geht. Nein, da lang geht man mal nicht. Ja, das war nicht auf dem Film. Ja, haha. Ey, was ich auch ganz geil finde, ist das hier. Oh yeah. Das, das sieht so aus wie eine Flasche mit Trinkheiz. Wie sieht das hier aus? Wie eine Flasche mit Trinkheiz. Und du läufst rückwärts. Ich weiß. Ach, scheiße, das steht falsch rum. Junge, du hast ihn verscheucht. Du hast ihn zuerst verscheucht, du hast ja nebengeschossen. Ich habe gar nicht mal abgedrückt. Aber du hast da schon vorher losgerannt. Junge, wo ist es hin? Es ist down. Alter, irgendwie mit Fallen geht das, glaube ich, doch besser. Ich weiß. Deswegen bin ich ja der Bogen-Experte. Schwein, 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 Schwein. Wer? Tschüss. Willst du mich beleidigen oder was? Nein, Schwein. Alter, ist dir schon mal aufgefallen, was passiert, wenn du so einen Schlafsack ins Wasser setzen willst? Was passiert da? Not waterproof. Steht da. Das bedeutet? Dein Ernst? Halt, ähm, nicht wassertauglich. Das ist schon witzig. Meinst du dir auch recht? So. Ich bin tot. Ich bin gemacht. Hast du den Schlafsack jetzt wirklich ins Wasser gelegt? Nein, das geht auch nicht. Aber ich habe ihn noch dabei. Du wolltest ihn haben, oder? Ja. Dann komm mal her. Komm mal her, mein Süß. Oh, yeah. Auf den Streck trinken wir erstmal. Bitte sehr, da hast du einen Schlafsack. Ist schon. Jetzt gib mir den Schlafsack. Nee. Ich klau dir deinen Rucksack. Geht gut. Da, da, da rauf ein paar Chips. Ja, lass dich schmecken. Ey, hast du Hunger, da? Nö, 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 nö. Ich habe 18% und 34%, äh, Prozent. Du hast also. Mir ist alles safe. Liege eine Frau haben. Achtung da. Die Mädchen die ganze Zeit. Re, 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 re. Ja, nimm sie mit. Wieder, wieder mit einem Fall. So, ich denk. Äh, das ist doch nur, äh, rohes Fleisch. Hast du nicht irgendwie gemerkt oder so? Du meinst, du gebraten hast? Ja, keine Ahnung. Wie kochen wir das? Ja, du hast, du hast doch so eine schöne App, hast du in der letzten Aufnahme gesagt. Genau. Die du geschrottet hast. Das habe ich auch schon in deinen Kommentaren geschrieben. Die hast du geschrottet. Wie habe ich die geschrottet? Ähm, du warst da drauf und dann hat sich mein Aufnahmeprogramm gedacht, nee. Nee. Nee, nicht mit diesen Typen. Auf gar keines Zeit. Ja, aber ASOS-Welt hat funktioniert. Weil man da den Namen nicht so groß über den Kopf sieht. Sag mal, waren wir da hinten schon? Ja, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe gerade im Kreis gelaufen. Jetzt hinten. Ist das ein Auto? Ein Auto! Das ist mehr als ich. Gebrief, ich zeig Gott. Ja, ist wirklich ein Auto. Alter, alter, gute Augen. Ich habe auch durch mein Fernglas hier geguckt. Ja, 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 voll da aus, sag. Wirklich ein Auto. Da sieht sogar noch gut aus. Und daneben haben wir gesellschaft. Hm. Obwohl ich heute gerade noch was machen. Du, das. Guck mal, wo ist es? Ich weiß. Ja, kann ich noch. So, das noch mal. Und das. Hast du das gerade gehört? Nein, nein, nein. Das Auto hier hat sogar noch 9%. Und wir können es mega voll tanken. Wie wir dann damit abhauen, das erfahrt ihr jetzt eher in diesem Folge. Weil ich mache hier einen kleinen Cut. Nein, machst du nicht. Sagst du das? Ich sagte, das machst du nicht. Warte mal. Ich muss die Scheiße noch reprieren. So, losfahren. Das Auto hat schon 100%. Ja, ich habe getankt, Alter. Dann steige ein. Nein, das mache ich jetzt in der nächsten Folge. Und hier mache ich einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Kommentiert das Spiel. Und lasst ein Like da, wenn das geht. Ansonsten. Noch schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Nein.